Wo soll die Party überhaupt sein? Gleich hier vorne. Ich arbeite für einen Mann, dessen Tochter verschwunden. Sie ist alles, was ich habe. Finden Sie sie. War sie am Leben? Zuletzt war sie es noch. Ich habe 48 Stunden, bevor sie tot ist. Um ihn zu finden, müssen wir zurück an den Anfang. Bereiten Sie sich gut vor. Ich meine richtig gut. Denn wenn er sie kriegt, werden Sie sich wünschen, sie wäre ein Tod. Sie helfen uns, Eleanor zu finden. Weil Sie der Einzige sind, der schon mal in diesem Hotel war und überlebt hat. Es ist wie ein Labyrinth. Es gibt überall Fallen. Wir kommen alle dran. Einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen. Noste! Noste! Noste!